Meine Damen und Herren, Es ist mir eine Ehre und Freude, Sie heute Abend im Jüdischen Museum Berlin zu begrüßen. In Zusammenarbeit mit der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas ist dieser Abend einem Gespräch zwischen Marco Feingold und der Fernsehmoderatorin Miriam Weichselbraun gewidmet. Uwe Neumärker, der Direktor der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, wird gleich etwas ausführlicher in den Abend einführen. Nur so viel ganz kurz vorweg. Marco Feingold ist mit seinen 103 Jahren der vermutlich älteste Überlebende der Shoah. Der übliche Geburtstagsgruß im Hebräischen lautet bekanntlich, das wissen Sie alle, Admea Vesrim bis 120. Sie, lieber Herr Feingold, sind einer der ganz wenigen Menschen auf der Welt, die auf dem besten Wege sind, dieses Ziel zu erreichen. Sie haben, wie man ebenso schön wie in Ihrem Falle unpassend sagt, ein bewegtes Leben hinter sich. 1913 im damaligen Österreich-Ungarn und der heutigen Slowakei geboren, in einem Ort, dessen Namen ich nicht versuchen werde auszusprechen, sind Sie durch die Hölle der Konzentrationslager Auschwitz, Neuengamme, Dachau und Buchenwald gegangen. Sie haben, wie Sie selbst sagen, durch Glück und Zufall überlebt. Sie kamen 1945 nach Salzburg, ausgerechnet dem einzigen Ort, dem Ort der einzigen Bücherverbrennung in Österreich. Sie kümmerten sich dort um KZ-Überlebende und schmuggelten die, die nach Palästina wollten, mit der Untergrundorganisation BRICHA, Flucht nach Italien. Sie blieben in Salzburg, eröffneten ein erfolgreiches Modegeschäft und engagierten sich in der jüdischen Kultusgemeinde Salzburg, deren Präsident Sie 1979 wurden und bis heute noch sind. Sie haben bis heute ein schier übermenschliches Pensum als Zeitzeuge in Vorträgen und öffentlichen Diskussionen auf sich genommen. Seit Sie, wenn ich das richtig gelesen habe, vor etwas mehr als 30 Jahren begonnen haben, Buch über Ihre Auftritte zu führen, haben Sie vor mehr als 6.000 Schulklassen gesprochen und Vorträge für ca. 50.000 Erwachsene gehalten. Und Sie tun dies, wie wir heute erleben dürfen, immer noch, auch jetzt. Im Jahr 2000 veröffentlichten Sie Ihre Lebensgeschichte mit dem Titel »Wer einmal gestorben ist, dem tut nichts mehr weh«, der Titel, der auch als Motto über unsere heutigen Veranstaltung steht. Ich danke Ihnen noch einmal sehr herzlich, dass Sie gekommen sind, lieber Marco Feingold, und ich bitte jetzt Uwe Neumerker, noch ein paar Worte zu sagen. Applaus Lieber Marco Feingold, lieber Peter Schäfer, lieber Herr Kollege, liebe Mirjam Weichsel-Braun, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann mich kurz fassen und ich will mich kurz fassen, weil der Abend im Zeichen Ihres Lebens steht und nicht Abend der Veranstalter ist. Aber es ist insofern interessant, das Jüdische Museum gibt es schon etwas länger. Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas gibt es mittlerweile auch seit elf Jahren. Aber es ist unsere erste Kooperationsveranstaltung. Und das macht, glaube ich, Lust auf mehr. Und ich freue mich, dass wir heute hier gemeinsam diesen wunderbaren Menschen begrüßen dürfen. Wir als Stiftung Denkmal haben das Denkmal 2005 mit einer Rede einer Überlebenden Sabina van der Linden Wolanski eröffnet und haben seitdem, seit Herbst 2008, wir mussten uns erst konsolidieren, auch mehr als 80 Zeitzeugengespräche und Buchpräsentationen mit Überlebenden veranstaltet. Wir haben insgesamt 14 Zeitzeugenberichte veröffentlicht. Wir haben ein Videoarchiv mit 150 Interviews von Überlebenden. Aber, lieber Herr Feingold, da kann ich Kollegen Schäfer nur zustimmen, Sie sind mit Abstand der älteste Überlebende, dem auch wir begegnet sind. Und wir sind stolz, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Sie sind ein wahrer Jahrhundertzeuge, nicht nur der österreich-ungarischen Monarchie, sondern auch der Republik Österreich, der Zwischenkriegszeit und vor allem der nicht ganz einfachen Entwicklung der Republik Österreich nach 1945. Ich denke, es wird ein spannender Abend. Ich habe gelesen, dass Sie 1977 in Pension gegangen sind. Das ist das Jahr, in dem ich eingeschult wurde. Auch das macht für mich diesen Abend sehr besonders. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte an dieser Stelle danken. Ich möchte den verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Jüdischen Museums Berlin und auch der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas danken und möchte ihrer Anwesenheit, liebe Frau Dehres, nutzen natürlich auch der Beauftragten für Kultur und Medien zu danken, die unsere beiden Einrichtungen aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages fördert, wie wir mal sagen müssen. Aber unabhängig von diesem Beschluss ist die Zusammenarbeit mit dem BKM, mit der BKM eine ganz hervorragende. Das möchten wir an dieser Stelle, Kollege Schäfer und ich, auch noch mal betonen. Frau Weichselbraun, Herr Feingold, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Ich muss Danke sagen, nicht Sie, weil ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier sein darf und mit Marco Max Feingold heute Abend sprechen darf. Es wurde schon einiges erwähnt. Marco Max Feingold, wenn wir von ihm sprechen, sprechen wir auch von einem Dasein, das dem Tod oft sehr viel näher war als dem Leben. Mit unfassbaren Zahlen, 103 Jahre alt, zwei Weltkriege, vier Konzentrationslager und unzählige Krisen und Katastrophen mit und überlebt. Herr Feingold, geboren am 28. Mai 1913 in einer Monarchie, gedemütigt in einer Diktatur und viel geehrt und geschätzt in einer Demokratie. Noch mal bitte einen Applaus für Marco Feingold. Herr Feingold, in der Nacht von 9. auf 10. November 1938, also genau vor 78 Jahren in der Pogromnacht, bekannt als Reichskristallnacht, Rückblickend denkt man sich so aus den Geschichtsbüchern, wenn man liest, was passiert ist in dieser Nacht, denkt man sich, da müsste klar gewesen sein, wohin man steuert, was in den Ländern passiert. Sie waren in Warschau in dieser Nacht, wie haben Sie diese Nacht erlebt? Also es war gerade eine Nacht, wo ich helfen musste, Flüchtlinge, und zwar, ich glaube 2000 Juden sind damals von Hitler, die in der Stadt gelebt haben, sind bei Nacht und Nebel gepackt worden und an die polnische Grenze gestellt worden, bei Spolngin. Die Polen wollten die Leute nicht aufnehmen, weil sie kurz vorher ein Gesetz herausgegeben haben, wer fünf Jahre nicht in Polen war, hat die Staatsbürgerschaft verloren. Und das waren ehemalige polnische Staatsbürger, die sich aber um die Staatsbürgerschaft nicht gekümmert haben und 20, 30 Jahre in Deutschland bereits gelebt haben, die hatten. Und erst nach dem Druck der ganzen Welt haben die Polen sie hereinlassen. Und die wurden auf einige Städte in Polen aufgeteilt, so auch sehr viele in Warschau. Und wir waren mit einigen Damen bekannt, mein Bruder und ich, und sie werden staunen, auf welchen Umweg wir hier als Dolmetscher dienen konnten. Polen hatte damals mit Italien einen Freundschaftsvertrag. Beide waren faschistische Diktaturen und waren sehr ähnlich, aber ich habe nie einen Italiener kennengelernt, der versucht hat, Polnisch zu sprechen. Hingegen haben viele Frauen in Warschau Italienisch gelernt. Und da wir vorher sechs Jahre in Italien waren, ein perfektes Italienisch gesprochen haben, ist auf dem Umweg Italienisch, Deutsch, konnten die Damen dann mit den Deutschen besser sprechen, weil die wenigsten haben wirklich gut Deutsch gesprochen. Das nur zur Erklärung, was wir gerade damals gemacht haben. Und natürlich war die Aufregung sehr groß, denn nicht nur, dass ich darunter gelitten habe, dass in Österreich so viele Synagogen gesprengt wurden, angezündet wurden, sehr viele Juden ums Leben kamen, genau wie in Deutschland. Der Ruf Goebbels, die Vernichtung der Juden zu beginnen, war ein auslösender Moment, denn die Bevölkerung hat schon darauf gewartet, das tun zu dürfen. Man kann da nichts verheimlichen. Ich muss gestehen, in Deutschland und in Österreich war der Antisemitismus so intensiv, so stark, dass wir nicht gut leben konnten. Die Leute hatten recht, die Juden, die damals schon ausgewandert sind. Diesen Antisemitismus haben Sie ja schon in Ihrer Zeit als Vertreter zusammen mit Ihrem Bruder Ernst gespürt. Gab es da so ein Schlüsselerlebnis, wo Sie gemerkt haben in dieser Zeit? Nicht nur in dieser Zeit, immer wieder. Und selbst nach 1945 bin ich in Salzburg tausende Male angesprochen worden, warum gehen Sie nicht nach Israel, nach Palästina, was ursprünglich Palästina geherrscht hat, nach Israel. Das hatte erst aufgehört, bis ich auf die Idee kam, den Frager zu sagen, pass auf, wenn du nach Rom gehst, geh ich nach Israel. Nachdem Sie verhaftet wurden, also zuerst in Wien 1938 und dann 1939 in Prag, haben vier Orte ihr Leben geprägt, Auschwitz, Neuengamme, Dachau und Buchenwald. Für viele, jetzt vor allem in meiner Generation, wir sind schockierte Besucher. Wir haben diese Plätze im Nachhinein besucht und versuchen zu verstehen. Wie geht es Ihnen, wenn Sie an diese Plätze heute zurückdenken? Ich muss gestehen, wir sind nach 1945 nicht versucht worden, irgendwie die Gedanken von früher zu verlieren. Man hat uns so leben lassen und wir haben das mit uns selbst fertig machen müssen. Das heißt, noch heute kommt vor, dass ich so im Jahr zwei, drei, vier Mal aufwache, schweißgebadet, weil man irgendwie im Schlaf den Traum bekommen hat, irgendeine Situation in den KZ. Man wird es nicht los, aber trotzdem habe ich nach 1945 Mut fassen müssen, zu Beginnen zu erzählen, was sich abgespielt hat. Es ist nämlich interessant, der erste Wunsch kam, und das wird heute keiner glauben wollen, von katholischen Schwestern, die wollten wissen, wie war das wirklich. Denn die waren ja doppelt abgeschlossen und hatten wirklich von nichts eine Ahnung. Und von da aus bin ich dann auf Schüler übergegangen und dann natürlich sind sie Erwachsene worden. Dann hat das ab 1977, als Sinovac Kanzler war, hat das Unterrichtsministerium das an sich gerissen und von dort aus wurde das kontrolliert, delegiert und bezahlt. Das ist die Geschichte der Zeitzeugen. Nur die meisten der Zeitzeugen, muss ich sagen, waren zu Kriegsbeginn, also für Österreich, 38, waren 10, 12, 14 Jahre alt. Natürlich nicht leicht zu ertragen für einen Zwölfjährigen, wenn er aus der Schulklasse entfernt wird und die Schulkameraden, weil laut der Gegner von ihm sind, mit denen er bis gestern Freund war. Also das Schicksal hat jeder mit sich selbst fertig werden müssen und nach 1945 natürlich ist er dann Zeitzeuger geworden. Ich war ab 1927 als Lehrling, kaufmännischer, dann Angestellter, 1932 in der Dorfusregierung bin ich arbeitslos geworden. Ich versuchte als Vertreter zu arbeiten. Ich muss Ihnen sagen, das war das Ärgste, was man sich vorstellen kann. Ich will ja nicht sagen, dass man mir von Weitem schon erkannt hat, dass ich Jude bin, in der Aussprache auch nicht. Aber trotzdem hat man das herausgeschwirrt, die Leute wollten von einem nichts kaufen. Es war auch damals keine Kauflust. Die Not in Österreich war furchtbar und es war ein Grund mit einem Bruder, der auch inzwischen arbeitslos wurde, nach Italien zu gehen. Wir hatten es drei Monate sehr schwer. Man musste effektiv vom Brot und Tomaten leben, bis sie aus den Ohren herausgewachsen sind, bis man ein bisschen Italienisch gesprochen hat, um dann als Vertreter zu arbeiten. Ein Vertreter, um es Ihnen zu erklären, ist eine schwierige Sache. Sie müssen Talent haben zu reden. Sie müssen Talent haben zu antworten. Immer das Gegenteil von dem, was der Kunde eigentlich hören wollte. Aber Sie waren ganz gut, habe ich gelesen. Sie waren ein sehr guter Vertreter. Ja, eben. Auch auf Italienisch. Als Vertreter verkaufen Sie Dinge, die der Kunde in der Goa nicht braucht oder nicht so viel braucht. Wenn man es braucht, kann man es eh jeden Tag kaufen. Aber als Vertreter muss man etwas einreden und nur dann kann es gut gehen. Und als wir gut Italienisch gesprochen haben, haben wir einen Trick angewendet. Und mit diesem Trick haben wir sehr, sehr viel Geld gemacht und sehr viel verkauft. Und das hat uns einen sehr großen Standard verschafft. Um nur ein kleines Beispiel zu geben. Wenn wir Städte gewechselt haben und wir sind am Bahnhof angekommen. Also erstens haben wir auf jeden Bahnhof Gepäcksträger gegeben, weil ich hätte gar nicht gewusst, wie wir die ganzen Koffer herausschaffen. Und man musste zwei Taxe nehmen, weil im einen ist das ganze Gepäck nicht hereingegangen. Nur um einen kleinen Überblick zu geben, was junge Leute, wenn sie viel Geld verdienen, zur damaligen Zeit mit dem Geld gemacht haben. Man hat sich Gelder gekauft, ab und zu einen Schmuckstück gekauft. Aber im Großen und Ganzen hat sich das auf das Äußerliche ausgelegt. So, jetzt gehen wir weg von denen, damit ich da ein bisschen weiterkomme. Im Februar 1938 fällt meinem Bruder und mir auf, unsere Pässe laufen ab. Wir müssen nach Wien, um die Pässe zu verlängern. Und so kommt man nach Wien, Freunde, Bekannte und man geht gerne tanzen. Es ist gerade Fasching und man verschiebt von einem Tag auf den anderen die Verlängerung des Passes. Dann ist der 11. und 12. März da. Schon einen Tag früher hat man überall die Ämter übernommen, wie wenn man gewusst hätte, Hitler wird einmarschieren. Wir haben nichts davon gewusst. Uns hat natürlich dann der 11. und 12. März überrascht. Die Pässe haben wir nicht verlängert gehabt. Also das Ungerecht bestandene Teil, dass man jetzt die Not in Wien gesehen hat, die die jüdische Bevölkerung hatte. In Wien lebten ja damals 180.000 Juden. Man darf nicht vergessen, sie hinterließen hinterher in den laufenden zwei, drei Jahren und dann 65.000 Wohnungen, die von Nationalsozialisten übernommen wurden. 1945 sagte man ihnen, ihr braucht keine Angst haben. Wir lassen keine Juden zurückkommen. Ihr könnt bei den Wohnungen bleiben. Dr. Karl Renner, der so beliebte Österreicher, der in jedem Dorf ein Institut hat. Das ist so schön, wie man die Leute veredelt hat, die gegen Juden waren. Ja, ich komme noch einmal auf Dr. Karl Renner, da gibt es etwas ganz Besonderes. So, also das war die Situation und in Wien natürlich alles Mögliche. Natürlich, man hat mir nicht sofort anerkannt, dass ich Jude bin. Natürlich habe ich die Rede von Hitler im Volksgarten zu hören bekommen. Das war selbstverständlich. Ich habe nur einen Stolz, dass ich vorgesehen im Sommer auf dem gleichen Balkon vom österreichischen Fernsehen gefilmt wurde, wie auch ich gesprochen habe. Also nicht nur er allein hat da oben gesprochen, ich auch. So, also die Verfolgerung der Juden und das, was alles auf den Straßen geschehen ist, brauche ich nicht schildern, in Bildern und so weiter, haben das die meisten gesehen. Die Qual bestand nur darin, dass eines Tages, mein Vater hatte nach dem Ersten Weltkrieg, er wollte nicht mehr bei den österreich-ungarischen Bundesbahnen weiterarbeiten, als Vermesser für Schiene und eröffnete zwei Wechselstuben, eine in der Universität und eine in der Technischen Hochschule, um für ausländische Studenten das Geld wechseln durchzuführen. Er merkte natürlich, dass dort das gespendete Geld von den Nationalsozialisten für politische Zwecke verwendet wurde und hat das irgendwie bekannt gemacht und dadurch, nachdem Direktoren auch sehr angenehme Antisemiten waren, musste er die Wechselstuben aufgeben und hat dann als Vertreter gearbeitet. Und er war gerade im März 1938 nicht in Wien und die Gestapo kam, um ihn zu holen. Und nachdem er nicht da war, hat man uns beide mitgenommen. Man konnte nicht verstehen, warum. Wir sind fünf Tage so bearbeitet worden, was soll ich Ihnen sagen, man hat keinen weißen Fleck mehr auf der Haut gehabt, so blau waren wir. Furchtbar hat man uns hergerichtet. Es hat einen Sinn gehabt, denn nach fünf Tagen kamen Sie mit dem Briefpapier. Ich kann schreiben, wo es wohl ist. Wichtig ist, dass euer Vater kommt und in dem Moment, wo er kommt, seid ihr frei. Hier möchte ich schon einen Unterschied der Erziehung von Kindern zur damaligen Zeit erwähnen und dann kam der Hitler. In unserer Zeit war die Liebe zur Familie, zu Angehörigen an erster Stelle. Man hätte niemals den Vater schreiben können, er soll kommen. Nur die Gestapo-Leute, lauter jüngere Leute, von Hitler gedrillt und sie mussten selbst in der eigenen Familie Acht geben, dass ja niemand etwas tut, was dem Führer nicht gefällt. Und so wurden wiederholt von Kindern die Eltern angezeigt, weil sie irgendetwas entdeckt haben, was die Eltern machen. Die HJ-Führer haben ja schon, ob Knaben oder die Mädchen-BDM-Führer, haben schon die Kinder gequält mit acht, zehn oder zwölf Jahren. Na, irgendetwas müssen doch eure Eltern tun, was der Hitler nicht will. Na ja, na, nein, nicht mehr, nein, nein, na, bis man so lange gequält hat, bis der eine oder andere gesagt hat, na jo, er tut sonst nichts, er hat dort in der Nacht ausländisches Radio. Das hat schon genügt, um jemanden zu verhaften. Ob er da noch lebend davon gekommen ist, möchte ich mich nicht äußern. Aber jedenfalls in unserem Fall haben wir natürlich, und dazu sagte man uns, ihr könnt schreiben, was ihr wollt, klebt zu dem Brief, wir geben ihm auf. Ihr könnt schreiben, was wir wollen, haben ihm natürlich geschrieben, lasst dich ja nicht blicken, es wird dein letzter Tag sein. Und er ist auch nicht gekommen, nach fünf Wochen, an einem Nachmittag um zwei Uhr. Macht man die Zelle auf, ihr seid frei, aber ihr müsst Österreich in zwei Stunden verlassen haben. Das einzig Mögliche von dort aus, vom Gefängnis aus, gleich zum Bahnhof und weg. Die Pässe waren nur noch ganz kurz, weil sie ja nicht verlängert waren, ganz kurzgültig. Und ich weiß nicht, haben die tschechischen Grenzbeamten Mitleid mit uns gehabt. Jedenfalls, man hat ja damals schon die Juden an den Grenzen abgefangen. Hätten sie uns nicht durchlassen dürfen, weil die Pässe nur eine kurze Zeitgültigkeit hatten. Die kamen jedenfalls durch. Und fünf Tage später laufen die Papiere aus. Und genau an dem Tag kommt die tschechische Polizei, nimmt uns mit. Wir kriegen drei Wochen Bolzeistrafe wegen ungültiger Papiere. Während der drei Wochen Haft kommen tschechische Kriminalbeamte und gehen mit uns, nehmen uns aus dem Gefängnis raus, gehen mit uns auf die deutsche Botschaft. Es hat ja kein Österreich mehr gegeben, um die Verlängerung der Pässe durchzuführen. Man wartet eine Stunde ganz normal und dann wird wir uns ein bisschen ungemütlich und fragen, was ist jetzt mit dieser, gar nichts, das sind keine deutschen Staatsbürger mehr. Staatenlos, die Pässe hat man uns nicht mehr zurückgegeben. Die Tschechen wissen selber nicht, was wir mit uns machen sollen. Aber das Einfachste, auf was sie kommen, ist, man wird uns einfach nach Polen unmittelbar die Grenze, wo man uns abschieben kann, von Prag. Und wir werden sogar geteilt, jeder an einem anderen Tag und jeder unter anderen Bedingungen wird dann abgeschoben. Also diese sich Zeit lassen mit dem Verlängern der Pässe, das war dann verheerend. Sie sind dann schließlich verhaftet worden und nach Auschwitz gebracht. Was wussten Sie über Auschwitz, bevor man Sie dahin gebracht hat? Man hat schon in den ersten Tagen, als Auschwitz ausersehen wurde, ein KZ einzurichten. Wie, was, wo, hatte man keine Ahnung. Und als wir dann, das muss ich einen Sprung machen, wie komme ich denn auschwitz, muss ich ja verhaftet werden. Spring ins. Ja, nein, wir sind von Prag dann tatsächlich abgeschoben worden, ich muss zurückgehen, vom Prag abgeschoben worden nach Polen. Aber während der Haft sind wir mit Leuten zusammengekommen, man kann sagen, mit ehrlichen Ganoven und mit weniger ehrlichen Ganoven. Und man hört von Taschentiebe, die gerne aus Polen nach Tschechei gekommen sind, um zu stehlen, dass die Tschechen mit ihnen gar keinen großen Prozess machen. Der kriegt 14 Tage und wird abgeschoben. Und einer, der sagt, mir tut das gar nichts, ich komme morgen gleich wieder zurück, ich habe neue Papiere. Wir haben gar keine Papiere, wo kriegt man das? Du musst nur schauen, dass du nach Warschau kommst, da sitzt in jedem Café, der Grafiker, der macht dir die besten Papiere. Und als wir dann abgeschoben worden sind und sind dann nach Polen gekommen, mein Vater und die Geschwister sind schön langsam über Ungarn nach Polen gekommen, um Österreich auszuweichen. Und die haben uns dann mitgeholfen, der Vater konnte gut polnisch und haben uns so gute Papiere besorgt. Man konnte sich anmelden, es war alles in bester Ordnung, man war sehr zufrieden. Leider, muss ich heute sagen, waren die Papiere zu gut, denn die polnischen Behörden sind über diese falschen Papiere gestolpert. Polen war ein Militärstaat damals, brauchte viele Soldaten und so Papiere gehen in dem Alter, in dem wir waren, durch mehrere Abteilungen. Und landen irgendwie beim Militär. Und eines Morgens steht das Militär vor der Tür und will uns mitnehmen. Das haben wir ja auch nicht tun. Es beginnt ein Gerangel mit einem Offizier, der ein bisschen Deutsch gesprochen hat, um ihm vorzuteuschen. Wir haben ja inzwischen schon Polnisch ganz gut sprechen können, haben das auch vorgestellt. Was tut ihr mit Leuten, die nicht Polnisch kennen? Man soll uns zurückstellen, wir könnten inzwischen Polnisch lernen und dann wissen wir, was rechts, links, oben, unten ist und dann können sie uns zum Militär nehmen. Nach langen, langen Reden mit ihm gelingt uns, dass man uns zurückstellt. Am nächsten Tag sind wir mit den falschen Papieren zurück in die Tschechoslowakei. Und jetzt kommt das Theater, man kommt in die Tschechoslowakei zurück und wird inzwischen in die Tschechoslowakei besetzt. Und furchtbare Situationen ergeben sich. Zum Glück für viele Flüchtlinge ist, dass die Russen die Grenze geöffnet haben und Juden, Zigeiner, politisch Verfolgte und Flüchtlinge, die sind in der Tschechoslowakei in Prag gegeben hat. Alles zur russischen Grenze. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen. Man geht zu einem Wensersplatz spazieren und eines Tages kommt mir ein hohes S-Offizier entgegen. Und der Näher, er kommt, ich habe ihn gleich erkannt gehabt, und er schaut mich an. Er gibt mir Zeichen in den Haus. Ja, wie kommst denn du da her? War das ein Arbeitskollege bis 1932. Ich wusste, dass er ein NSDFB-Angehöriger ist, also seine politische Einstellung. Aber wir waren eigentlich gut bekannt und das hat es in vielen Fällen gegeben. Und ich habe auch Arbeit für euch. Ab dem nächsten Tag waren wir sozusagen Beamte der Deutschen. Was hatten wir zu tun? Kein Verrat, nichts. Und etwas, was man ohne weiteres tun konnte. Tausende Familien sind aus der Tschechoslowakei geflüchtet. Sie haben das Notwendigste mitgenommen. In den Wohnungen ist alles übrig geblieben. Die Schlüsse waren beim Hausbesorger. Und wir hatten jetzt den Auftrag, mit tschechischen Polizeibärmten jeden Tag auf verschiedene Adressen zu gehen. Wo die Leute gepflichtet waren. Der Raub der Hausmeister und der lieben Nachbarn war in jeder Wohnung sichtbar. Denn niemand konnte Wäsche, Geschirr, Bilder, Möbel oder sonst was mitnehmen. Und all diese Sachen fehlten in den Wohnungen. Weil man sah ja überall, wo mal ein Bild klingt, da bleibt der graue Rand, wenn man ein paar Mal abstaubt, bleibt der Rand. Da sieht man ja, dass das alles fehlt. Und das war die Zeit, wo man damals sagte, 1939, das System hat sich nur noch ein bis zwei Jahre. Da kommen wir auf die dumme Idee, möchte ich heute sagen. Wir können uns revanchieren. Wir werden die Möbel, die noch da sind, sehr hoch bewerten. Denn wahrscheinlich wird man das irgendwann den Juden vergüten. Das war der jugendliche Leichtsinn, an das wir geglaubt haben. Und wir füllen so die Bücher. Und jeden Tag kommen wir mit den Kriminalbeamten auf diese, auf jene Adressen und so weiter. Das ging monatelang so dahin. Irgendwann muss ich annehmen, dass ein deutscher Beamter sich in Prag ansässig machen wollte. Wohnung hat er gehabt, jetzt hat er teure Möbel gesucht. Jetzt kriegt er die Unterlagen, er soll sich aussuchen, die teuersten Möbel. Er schaut es an, geht in eine Wohnung. Ja, ganz genau, stimmt das nicht mit der Schätzung. Die zweite, dritte, vierte. Dann entdeckt man, da ist ein Windel dabei. Man nannte das Sabotage. Und wir kommen dann einmal ins Büro, wie jeden Morgen. Und die tschechischen Kriminalbeamten sind nicht da. Und nach einer halben Stunde stürmen sie sechs SS-Lachen mit Stecken und mit Pätschen, mit allem Möglichen in der Hand hinein und traktieren uns. Und nach einer Weile erst, nach der Probebeschlagung, stellt sich heraus, was man von uns will. Welche tschechische Organisation hat euch beeinflusst, das zu machen? Ich muss darauf aufmerksam machen, wir wussten schon in der Tschechoslowakei, dass sehr viel Sabotage betrieben wird. Ich würde sagen, die Tschechoslowakei war das einzige Land, das bis 1945 Deutschland gequält hat mit Sabotageakte. Es sind nicht alle aufgedeckt worden, weil sie konnten wirklich vieles vereimlichen, aber es ist so auch liquidiert worden, weil sie den Dings in die Luft gesprengt haben. Also, das ist unsere Situation und das übernimmt dann die Gestapo. Hier möchte ich darauf aufmerksam machen, in Deutschland hat es zwei Gerichtssysteme gegeben. Das normale Gericht, wenn jemand einen Händelstund hat, dann sind Kriminalbeamte gekommen, Protokoll aufgenommen und es hat eine Verhandlung gegeben. Oder man hatte daraus eine politische Sache gemacht, das hat dann die Gestapo bekommen und die Gestapo konnte vom ersten Verheuer bis zum letzten mit dem Menschen machen, was sie wollen. Und alle landeten in KZs auf unbestimmte Zeit. Also da hat es überhaupt nichts gegeben, wer der Gestapo in die Hände gefallen ist. Und außerdem darf man nicht vergessen, die Brutalität der Gestapo war ja furchtbar. Wenn jemand nicht unterschreiben wollte im Protokoll, das sie meistens selbst ergänzt haben mit irgendetwas, was der gar nicht gesagt hat, und er weigerte sich, das zu unterschreiben, hat man mit einer tragbaren Weggetragung. Drei Tage später wieder geholt, jetzt hat er alles unterschrieben und landet im KZ. Das war das übliche System. Und so geschah das mit uns, aber nicht direkt, sondern indirekt. Einer der letzten Gestapo-Beamten, die uns verhört haben, entdeckte, wir sagen ja gar keine Deutschen, wir sind ja Polen. Der hat die falschen Papiere auch für echt angesehen. Wir wagten natürlich nicht zu sagen, dass die falsch sind, weil wir die Folgen nicht ahnen konnten. Und so schieben sie uns nach Krakau ab. Inzwischen ist Polen besetzt worden. Und wir kommen in Krakau in ein Gefängnis, wo in den nächsten Tagen eine Verhandlung abgehalten werden soll. Aber außer uns haben noch 450 andere Häftlinge dasselbe gemeint. Und das hat leider nicht gestimmt. Denn eines Morgens alle im Hof antreten, es kommen Lastwagen und bringen uns zum Bahnhof. Schon die Fahrt zum Bahnhof war keine einfache Geschichte. Denn das waren so Autos mit so einem halben Meter Bordwand. Und wir standen da nieder, wir sollten uns hinlegen, damit ja niemand sieht, wer hier transportiert wird. Und die Gestapo-Leute haben mit Gewehrkolben auf uns eingeschlagen. Also man kam furchtbar, ich möchte sagen, beschädigt zum Bahnhof. Verladen in Frachtenwaggons und so geht das ab. Wir hatten natürlich alle zusammen damals noch keine Ahnung, wohin es gehen soll. Und da sehr viele Polen dabei waren, hatten wir ihnen die kleinen Gucker in den Lastwagons, die da sind erlaubt, dass sie da herausschauen. Und die haben sich besser ausgekannt und haben gleich gemeldet, Auschwitzin. Auschwitzin ist auf polnisch Auschwitz. Naja, aber man wusste noch gar nicht. Wenn ich Ihnen aber sage, da gibt es einen Zug Wien, Prag, Krakau, Warschau. Der Zug fährt ungefähr ein Kilometer vom KZ Auschwitz entfernt vorbei. Und mitten in der Strecke macht man einen Halt und wenn ein paar Waggons von Häftlingen mitführt, werden die abgekoppelt und landen dort auf einem Feld, das aussieht wie ein Schlachtfeld im Mittelalter. Keine Gefangenen oder Leute richtig, schon Dutzende Leichen herumlagen, verletzte. Die Erde war mehr rot wie grün oder braun, also eine furchtbare Situation. Und gestreifte Häftlinge zum ersten Mal sieht man, und es sind durchwegs kriminelle Häftlinge, die man da nach Auschwitz gebracht hat, um der SS Assistenz zu leisten. Und so werden die Leute geprügelt und zusammengeschlagen. Und alle Befehle auf Deutsch von den 450 Häftlingen konnten zwei Deutsch, das war mein Bruder und ich. Und die schauten alle auf uns, was wir machen. Dann stellen wir uns auf und auf einmal kommt ein SS, man ruft, 16 Namen ruft er auf. Darunter sind auch wir. Mein Bruder meldet sich, wie ein Feingold ruft, der kommt auf uns zu, kriegt einen Tritt. Die 16 sind in die Strafkompanie gekommen. Nicht Auschwitz allein ist todbringend, es gibt noch eine Strafkompanie. Nur zwei KZs, das kann nur einer wissen, der selbst in einem KZ war, nur zwei KZs hatten Strafkompanie. Und das war Auschwitz und Mauthausen. Sonst gab es in keinem Lager eine Strafkompanie. Es hat Todeskommando gegeben, aber keine Strafkompanie. Und wir landen so in Auschwitz. Schon beim Einliefern, man muss alles aus den Taschen herauslegen, kriminelle Häftlinge schreiben auf, was man hat. Wenn das Geld ist, soll es ins Depot kommen. Und ich sehe, wie der Papier geht unter den Tisch. Was machst du mit meinem Geld? Schaut meinen Bruder und mich an. Ihr werdet das Geld nicht brauchen. Ihr habt hier eine Lebensdauer von höchstens drei Monaten. Dann geht ihr durch den Kamin. Sie sind dann in der Tat innerhalb von kürzester Zeit von 55 Kilo auf 30 Kilo abgemagert. Also eigentlich nur noch Hülle. Man kann das natürlich literarisch ausfüllen, erzählen, wie das alles war. Aber ich sehe die Antworten auf weitere. Ich muss das kurz sagen. In zweieinhalb Monaten bin ich auf 30 Kilo gekommen. Häftlinge sterben in den KZs. Vorwiegend Hunger. Das Maximale, was ein Häftling zu essen bekommen soll, sind 700 Kalorien. Und mindestens 2000 sind für die Schwerarbeit notwendig. Also man kann sich ausrichten, wie der immer megerer, megerer, megerer wird. Das Ende der Geschichte ist, dass Häftlinge, wenn ich jetzt das erkläre, das gibt es nicht. Ich habe immer gesagt, die meisten Häftlinge sind stehend gestorben. Der kann einfach nicht mehr weiter arbeiten. Die Schaufel oder was er gerade mit ihm arbeiten soll, auf die kann er sich noch aufstützen. So steht er da, abgemagert. In der nächsten Sekunde bricht er zusammen und ist hin. Oder es kommt ein Kapo vorbei oder ein Essmann gibt und man tritt. Der Volldienst steht nicht mehr auf. Das ist das Ende der Häftlings. In so einer Situation, ich habe mich drei Tage versteckt, um das zu tun. Das heißt versteckt, wenn man mal an Peppers gestanden ist. Man hat die Leute herausgesucht, die so verhungert, nicht mehr arbeitsfähig sind. Ich habe mich hinter meinen Vordermann gestellt, sodass man mich nicht herausnehmen konnte. Aber am dritten Tag habe ich es aufgegeben. Und so habe ich gewusst, es ist mein Ende. Und ich stehe da gerade, habe ich an der Rampe zu arbeiten gehabt, die zweieinhalb Monate. Auch schon durch eine Begünstigung. Und ich stütze mich noch auf der Stafel. Ich konnte nichts mehr essen. Der Mund war vertrocknet. Es ist sinnlos, darüber zu beschrieben. Nur das Hirn hat noch gearbeitet. Da geht ein Häftling hinter mir vorbei. Dein Bruder hat man für einen Transport aufgeschrieben. Nur das Hirn, wie gesagt, arbeitet noch. Was heißt für einen Transport? Wir dürfen weder außerhalb des Lagers zur Arbeit genommen werden, weil Fluchtgefahr besteht. Wir dürfen nie auf Transport gehen, weil Fluchtgefahr besteht. Wieso schreibt man das? Nach einer Weile möchte ich sagen, wie wenn ich eine Innexion bekommen habe. Raff ich mich zusammen und gehe zu den Ersten hin, der die Transportliste geschickt hat. Damals sind 1.005 Häftlinge von Auschwitz nach Neuengamme gegangen. Dann hat man natürlich massenhaft alle, die nicht mehr arbeiten können, aufgeschrieben und hat sich nach Neuengamme entschieden. Und ich gehe zu den Ersten hin, hau ab, du bist doch nicht mehr arbeitsfähig. Muselmann! Man kriegt ein paar Tritte, ein paar Ohrfeigen. Und schleicht davon, geht besucht den Nächsten. Drei, vier Häftlinge, die die Listen angefertigt haben, habe ich aufgesucht. Der Vierte hat ein paar Arme gehabt. Der hat gewusst, ich habe einen Bruder da und den hat man aufgesucht, so hat man mich auch nach Neuengamme geschickt. Sie sagen ja auch, diese Vorfälle, wie zum Beispiel, dass der Vierte dann Erbarmen hatte und sie doch auf den Transport geschickt hat. Außenstehende würden manchmal von Wunder sprechen, sie selbst sagen ganz klar, das waren Zufälle. Ich habe durch Zufälle überlebt. In Neuengamme dann hatten sie drei Tage, um behandelt zu werden, das Notwendigste. Und das gab es noch nie in Neuengamme vorher. Nein. Als wir ankamen, waren die Häftlinge, ich muss zugeben, Neuengamme war ein sehr kommunistisch von Häftlingen geführtes Lager. Die hatten Mitleid mit den Tausend, die wir da geschickt haben. Und sie sind gleich drauf gekommen, die müssen die ganzen Arbeitsunfähige uns geschickt haben. Da ist doch keiner zur Arbeit fähig. Und da hat man uns drei Tage eingeräumt zur Ruhe. Aber wir haben hier keine Ruhe gehabt. Die hatten Wunden auf Händen und Füßen. Sie haben damals erklärt, in den drei Tagen haben sie mehr Verbandstoff verbraucht, wie in den ganzen Jahren vorher. Also so miserabel waren wir in einem Zustand. Also man hat uns drei Tage geschont und dann bekamen wir unsere Kleidung, wir bekamen unsere Nummern und dann wurden wir eingeteilt. Erst voriges Jahr, da ich beim Burgtheater mitgespielt habe, haben wir ein Gastspiel gehabt in Hamburg. Und in den Zeitungen war zu lesen, dass auch der Feingold kommt. Und ich hatte einen jahrelangen Disput mit dem KZ Neungamme. Ich bin nämlich im 50er Jahr eingeladen worden, von der Universität Hamburg dorthin zu kommen. Sie zahlen die Spesen, alles Aufenthalt, denn sie wollen den Bericht über Neungamme schreiben. Aber es gibt keine Überlebenden oder nur wenige. Ich kam dorthin, ich habe den Bericht gemacht. Kein Wort ist über Neungamme gesprochen worden, denn Neungamme hat eine eigene Geschichte gehabt. Die ersten zehn Jahre wollte man das nicht als ehemaliges KZ aufrechterhalten, sondern man hat dort ein Jugendgefängnis eingerichtet. Also alles Mögliche hat man gemacht. Und man hat geschwiegen, was wirklich dort geschehen ist. Am 3. Mai 1945 hat es in Neungamme 7000 Häftlinge gegeben. Man hat sie in die Lübecker Bucht gebracht, gejagt. Dort standen drei italienische Schiffe. Eines ist genannt Capacona. Die anderen haben so ähnliche Namen gehabt. Man hat die Häftlinge verladen. Am Ende der Bucht ist eine Stadt, ein kleiner Ort, Neustadt. Und ungefähr zwischen 5 und 10 Kilometern entfernt waren die Schiffe gerade. Kam ein englischer Tieflinger und haben die drei Schiffe versenkt. Dass damals nur 450 Häftlinge gerettet werden konnten, war die Sensation. Und beide Seiten, Häftlingsseite und die Gestapo, haben angefangen das zu verschweigen. Man soll das nicht erfahren, weil zwischen beiden lag die Schuld. Und darum ist es dem nichts geworden. Erst zehn Jahre später begann man das Lager, weil der Druck doch sehr stark geworden ist. Und weil die Geschichte aufgetaucht ist. Und wie ich in Hamburg war, schicke man mich in ein Standesamt in der Nähe von Hamburg. Dann kann ich den Totenschein meines Brutes holen. Ich gehe dorthin, hole den Totenschein. Ich möchte Sie aufmerksam machen. Sollten Sie an irgendetwas Zweifel haben, ich habe das mit. Wenn Sie Zweifel haben, alles was ich erzähle hier, kann ich Ihnen durch Bilder, durch Fotos oder durch die echten Unterlagen kann ich Ihnen beweisen. Aber das nur Zwischenspur. Und ich lese das durch. Das stimmt nicht. Ich habe einen offiziellen Geburtsschein von einem Standesamt herausgegeben, von einem Kriminalbeamten und einem Standesbeamten unterschrieben. Und es ist falsch. Nur, mit wem soll ich sagen, es ist falsch? Also habe ich nur Korrespondenz geführt, dann hinterher mit Neuengamme. Und die wollten sich nicht gefallen lassen, dass ich sage, ich habe einen Totenschein und der ist falsch. Man hat mich beruhigt, beruhigt, beruhigt. Eben bis wir nach Hamburg gekommen sind mit dem Burgdata. Und der jetzige Direktor hat mich schon aufmerksam gemacht. Ich werde Sie holen. Ich werde es Ihnen zeigen. Und Sie haben leider recht gehabt. Recht habe ich gehabt. Und der Totenschein war ausgefüllt. Er ist am 15. Januar 1942 verstorben. Unten gibt es einen Bericht von einem Kriminalbeamten, der sich erinnern kann an diesen Häftling mit der Nummer, mit allem möglichen Blödsinn. Wir haben gleich gewusst, das kann nicht stimmen. Und er bestätigt, dass es so gewesen ist, dass er gestorben ist. Erstens kein Arzt, ein Kriminalbeamter, Totenschein. Und jetzt am Ende hat sich herausgestellt, 280 Häftlinge von Neungamme sind im Juni 1942 in ein Ort in Bernburg gebracht worden. Dort ist eine Heilanstalt umgebaut worden zu einer Vergasungsanstalt. Und dort sind massenhafte Häftlinge von verschiedenen KZs zum Vergasen gekommen. Und so auch 280 Häftlinge aus Buchenwald. Aber wieso im Juni 1942? Da wollte man sie loswerden, dass sie dorthin gebracht worden sind. Aber die Anstalt hat keine Totenscheine ausgestellt, sondern das KZ Neungamme musste in einem Ort in der Nähe von Hamburg im Standesamt die 280 unterbringen. Und ein Kriminalbeamter eben dort hat die wunderbare Idee gehabt, da hat der Standesbeamter gesagt, wir werden Folgendes machen. Wir lassen alle 10 Minuten einen sterben. Und so auf verschiedenen Seiten, nach dem Alphabet und so weiter, wird immer ein anderer eingesetzt, immer 10 Minuten später. Und so ist mein Bruder auf den 15. Jänner gekommen, obwohl er Mitte Juni vergast wurde. Ich habe das jetzt schriftlich, beides. Ich habe jetzt zwei Todesmeldungen von meinem Bruder. Den Schein vom Standesamt und eine Fotokopie einer Liste, wo mein Bruder draufsteht, dass er im Juni vergast wurde. Sie selbst sind aber von Neungamme, da dort das Krematorium noch nicht fertig war, nach Dachau überstellt worden. Ja, ich war in einem Zustand, wo ich nicht mehr arbeitsfähig war. Und solche Häftlinge sind dann irgendwo hingeschickt worden. In meinem Fall wären wir, weil man fürchtete, mehr als 10, 12 Häftlinge kann man nicht nach Hamburg jeden Tag zur Verblendung schicken. Das war die Todeszahl von Neungamme. Und was mehr war, hat man im Laufe einer Woche gesammelt. Und wann das 250 waren, sind die 250 nach Dachau gekommen. Von den 250 sind aber 75, inklusive mir, kaum noch als lebensfähig zu bezahlen gewesen. Die übrigen waren schon tot, kamen gleich ins Krematorium. Und die anderen, da gab es einen Block in Dachau, der ungefähr 250, 300 Häftlinge hatte, die alle darauf gewartet haben, sie werden wieder arbeitsfähig, sie sind ein bisschen besser gefüttert worden. Und sie hatten auch keine Arbeit, so kann man sich auch erholen. Aber jeden Tag war eine Sterbezahl von 10, 12, 15 Häftlingen. Der Kapo dieses Blocks schrieb aber die Toten erst einen Tag später für tot. Das heißt, am darauf vorliegenden Tag, die lebten ja noch für ihn, und da hat er 10, 15 Prozent mehr gehabt. Als ich nach Auschwitz kam, stürmten alle auf mich und wollten wissen, wie ist, nach Dachau kam, wie ist in Auschwitz. Das war die Neugierde überall. Man hatte keine Ahnung, man wusste nur, dass Furchtbares ist. Aber man konnte gar nicht beschreiben, wie furchtbar das ist. Das ist gar nicht zu beschreiben. Das ist gar nicht zu erzählen. Es ist Menschenquälerei, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Was jeder einzelne Häftling jeden Tag an Sterbende, an Ermordete zu sehen bekommt, ist furchtbar. Also, das ist die Situation. Ich frage mich nur, wenn ich kurz einhaken darf, in einer solchen Situation, Ihr Bruder ist in Neuengamme dann gestorben. Sie nach Dachau, das Grauenhafteste, was man sich vorstellen kann, wurde dort Menschen angetan. Wie überlebt man das? Was gibt einem Hoffnung, wenn der Bruder dann auch nicht mehr bei einem ist? Wie war das bei Ihnen? Passen Sie auf, In jedem KZ hat es vielleicht 5% der Häftlinge gegeben, die 5, 6, es gab auch aus Deutschland, schon seit 34 Inhaftierte, die haben noch 45 gelebt. Wenn ein Häftling das Glück hat, dass er gebraucht wird, und er kommt in die Schreibstube, der kann überleben, er kommt in irgendetwas, was mit der Verwaltung des Lagers zu tun hat, in die Küche, ins Spital, oder sonst irgendetwas, was man Tag und Nacht braucht, der kann überleben. So wie Sie als Dolmetscher dann in Dachau, die ersten drei Wochen. Genau, auch so etwas, ja. Aber nach drei Wochen, ich habe mich sehr gut erholt, denn wir waren drei Funktionäre, der Kapo, der Stubendienst und der Dolmetscher. reichlich zu essen bekommen, habe ich schnell erholt. Aber nach drei Wochen kriege ich meine Nummer, ich bin wieder arbeitsfähig, muss das annähen. Und die Juden hatten natürlich ein eigenes Zeichen, das rote Dreieck war als politischer Häftling, und das Geld darüber, dass er Jude ist. Ich habe das Rot schon angenäht, die Nummer auch, jetzt bin ich mit dem Gelb beschäftigt, und er kommt vorbei, du bist ein Jud. Sag ich, ja, hast du das nicht gewusst? Nein, Juden dürfen in Dachau keine Funktionen ausüben. Und so bin ich abgesunken, ich landete in der Gärtnerei, Apfel-Mohne-Wunden bekommen und konnte nicht immer behandelt werden. Das ist eine ganz schwierige Geschichte gewesen und hat dann mir gezerrt und gezerrt, bis ich nicht mehr gehfähig war. Und dann bin ich als gehbehinderter Häftling von Dachau nach Buchenwald gekommen. Und man muss sich das so vorstellen, so habe ich es verstanden, nicht einfach, man war nicht mehr gehfähig, aber sie mussten nach acht oder neun Kilometer bis nach Buchenwald laufen. Das war ein Trick. Ein Trick. Ich habe nur eine Bestätigung für diesen Trick bekommen. Sie mussten gehen, damit sich die Zahl der Gehbehinderten reduziert. Jeder Gehbehinderte, der zusammenbricht, nicht weiter kann, wird erschossen, muss erschossen werden. Lastautos fuhren mit, mit dem Marsch und die Leichen sind aufgeladen worden. Ein Prozess in Wien nach 1945 gegen zwei Gendarmeriebeamte, die aus so einem, so steht das wörtlich, den aus so einem Zug von Häftlingen zwei erschossen haben. Die hat man nach dem Krieg vor Gericht gestellt und hat sich herausgestellt, sind auch freigesprochen worden. Das war Zwang. Sie mussten erschießen. Auch diese Bestätigung habe ich. Also es fehlt nichts, was ich erzähle und nicht beweisen kann. So, jetzt habe ich den Marsch mit Ach und Krach, dass ich hier im Revier oben lande. Ich glaube, mehr als die Hälfte hat man unterwegs erschossen. Wir haben das Lager nicht mehr geblickt. Wir kommen am Abend an, Spätabend. Wir können nicht mehr versucht werden. Da hat man so ein Eck am Appellplatz mit Stacheldraht abgesperrt gehabt. Man nannte das Rosengarten. Dort mussten wir die Nacht verbringen. Am nächsten Tag, es war zufällig, einen Sonntag, wird die Wunde angeschaut. Man schickt mich ins Revier. Nicht alle KZ haben Juden aufgenommen im Revier, aber Buchenwald hat das getan. Und ich lande dann dort und werde von einem Häftling operiert, der es bis zu der Größe eines Arztes gebracht hat. Er hat fleißig studiert und viel geholfen. Zwischenspurt. Zwei Monate, nachdem er mich behandelt hat, wird er und ein Kollege gerufen. Man sagt ihnen, sie kommen jetzt in ein neues KZ und er kriegt das ganze Spital in Eigenverwaltung. Und die zwei gehen weg. Zwei Stunden später bringt man die Leichen zurück, auf der Flucht erschossen. Eine abgekaterte Geschichte. Es hat nämlich im Buchenwald einen Kommandanten Koch gegeben, der sich von reichen Judenhäuser und anderen Liegenschaften hat überschreiben lassen. Er hat ihnen versprochen, er wird sie vorzeitig entlassen. Erstens hat er das nicht tun können, nicht tun dürfen, aber er hat so das bekommen und die sind sehr zeitlich entlassen worden hinauf. Und er hat geerbt, bis die Gestapo draufgekommen ist. Und dann hat er, und ist er versetzt worden nach Lublin und hat nach Dachon geschrieben, den Kollegen, sie sollen den und den, der ihm Geschlechtskrankheit behandelt hat, sollen sie beseitigen. beseitigen, weil das wäre unangenehm, wenn es bei der Verhandlung herauskäme. Und das war das Geschichte, wo man die zwei umgelegt hat. Sie haben gerade gesagt, nicht in jedem KZ wurden Juden im Krankenrevier behandelt. In Dachau wurden sie im Block behandelt. Ich wurde am Block behandelt, auch da habe ich das Foto, denn es ist interessant, wenn ich das zeige, wo Juden behandelt wurden in Dachau. Am Block, wo sie waren, da haben sie frühmorgens warten müssen, bis der Sanitäter kommt. Und da hat einer, der Helfer, die mitgekommen sind, und hat ein Brett mitgebracht, das ist im Klo auf die Mutscheln aufgelegt worden. Und er hat sich da aufgesetzt, wie ein Pferd, und hat da hier angefangen zu arbeiten. Ich wurde von zwei Hälftlingen gehalten, weil ich nur auf einem Bein stehen konnte. Beim zweiten hatte ich eine riesen eitrige Wunde und hier eine zweite dazu. Und da wurde ich tagelang immer wieder von ihm behandelt, ohne Heilung. Und irgendwann einmal kam ich ins Revier. Es war nichts anderes möglich. Ein Fehler von mir. Ein Fehler von mir. Neben mir lag ein Häftling, der hatte eine Entzündung an einem Nagel, da hat man gleich den ganzen Daumen weggenommen. Und er hatte eine Flasche. Für einen Häftling, der Phlegmone im Bein hat, ist es eine Qual, wenn er aufsteht und das Blut an der Wunde vorbeigeht. Das ist furchtbar. Und da man flüssige Kost kriegt, muss man fast jede Stunde rausgehen. Und ich erbitte mir die Flasche von ihm. Ja, kannst du haben, wenn du mir das Brot morgen gibst. Ja, der kriegt das Brot, der kriegt die Flasche. An einen Samstag erinnere ich mich, stehe ich auf, die Flasche muss ja ausgehört werden und will hinausgehen. Und da hat es eine Pendeltür gegeben zum Klo. Und vor mir, schwach auf den Beinen, hat einer die Pendeltür mir entgegengeschlagen. Und da ist die Flasche runtergefroren und zerbrochen. Niemand hat es gesehen. So nahm ich an, räumte alles weg und geht dann wieder zurück, leg mich ins Bett rein. Und irgendwann an Samstagen wird alles gezählt, ob noch alles da ist. Da stellt sich heraus, eine Flasche fehlt. Der neben mir lag, der mir die Flasche gegeben hat, Redka Wurt, dass er mir sie gegeben hat. Und auf einmal kommt der Sanitäter mit einem Häftling, der hat ihn gesehen. Geht er rein durch, kommt bei mir vorbei, schaut mir um, geht weiter. Ich war erleichtert. Halbes Stück später sind sie wieder da. Gehen noch einmal durch. Beim zweiten Mal hat er mich erkannt. Der Sanitäter war so ein Lacken mit zwei Meter Größe. Der hat vielleicht 150 Kilo gewogen. Und er schnappt mich da bei den Himmels und hebt mich aus dem Bett heraus und haut mich in eine Ecke hin. Jetzt kommt das Bestrealische. Er tritt dorthin, wo er den Verband sieht. Man kann sich das nicht vorstellen, was sich so ein Sanitäter gedacht hat. Und ich bin dann ohnmächtig geworden und bin an diesem Vormittag irgendwie in den Waggon gelandet, um nach Buchenwald gebracht zu werden. Also ich kann mich nicht erinnern, an allen Seiten, aber in der Bewusstlosigkeit hatte ich keine Ahnung, wie bin ich in den Waggon gekommen. In Buchenwald hätten Sie operiert werden sollen von einem Arzt, der Hautübertragungen machen wollte. Ja, das war der Dr. Hoffen, der ist 1947, weil er so ein wunderbarer Arzt war, zum Tode durch Erhängen verurteilt wurde. Der Arzt hatte erfunden, dass man durch Tuberkulose heilen kann, durch Kohlenstaub und Kohlenruß. Niemand hat das überprüft und alle haben geglaubt, das ist wirklich ein Wundermittel. Also unbestätigt. Aber er kam eines Tages nach Buchenwald und zwar um die Phlegmone-Wunden. Wir waren in einem Raum, 60 Häftlinge, alle die gleichen Wunden, nur an verschiedenen Stellen. Und er hat eine Überlegung, er will eine Hautübertragung machen. Sucht zwölf Häftlinge aus für die Hautübertragung und dabei bin ich auch. Am nächsten Morgen kommt der Friseur des Reviers und er sieht dann am Unterschenkel ungefähr eine Handfläche der Härchen aus. Das sollten entfernt werden, damit die Haut dann auf der Kniekehle aufgenickt werden kann. So um neune kommt der Orts, schaut sich die Zwölfe an, den ich durch die Wunde zu klären. Sagen Sie mir, wie wird aus so einer Wunde so eine? Ein weiterer Zufall. Übernachten. Ich wurde nicht operiert. Die anderen elf sind operiert worden und innerhalb drei Wochen sind alle elf verstorben an Blutvergiftung. Er hat bei jeder Hautübertragung einen Gipsverband darüber gegeben, wenn es ein Ärzte oder sonst irgendwer da ist, der wird das verstehen, wenn ich da erkläre, die Haut faulte unter dem Gips. Und das war selbstverständlich, dass sie an Blutvergiftung sterben werden. Haben Sie jemals bei einem der Bewachern nie einen Funken von Mitleid gesehen? Das waren ja... Soll ich Ihnen mal Wasser einschenken eigentlich? Wollen Sie was trinken? Da gibt es etwas, das ist zwar wesentlich später geschehen, das ist dann 1943 geschehen, da haben wir schon die Gusto-Werke aufgebaute Häftlinge und wir haben die Erlaubnis gehabt, zehn Minuten vor Arbeitsschluss aufzuhören, zu arbeiten, damit die Maurer die Werkzeuge reinigen können, damit sie nicht Zement oder Kalkreste drauf haben, dass das Werkzeug am nächsten Morgen nicht gleich zu verwenden ist. Und ein SS-Mann kommt hinein und sieht die drei eine Viertelstunde vorher zusammenzustehen und nichts zu machen. Schreibt sie auf und er hat darauf bestanden, sie müssen abgespritzt werden. Zwei Tage später war am Block ein Zettel für die drei, die auf unserem Block waren. Ich habe noch am Abend mit ihnen gesprochen. Sie wussten, am nächsten Morgen müssen sie in Schmittal und sie werden dort abgespritzt. Das war für uns Häftlinge, Leben oder Sterben, das war so, wie wenn man sagt, trinke ich jetzt das Glas Wasser oder nicht. Das war so gleichgültig im Laufe der Jahre, weil es ist uns ja jeden Tag beigebracht worden, lebend wird kein KZ-Häftling das Lager verlassen. Wer einmal gestorben ist, dem tut nichts mehr weh. Dieser Titel, der hat auch den Ursprung in einem Buchenwald. Ja. Hat zu tun mit einem Tiroler SS-Mann. Ja. Das ist die Geschichte, dass ich zusammen mit einem anderen Häftling eines Morgens vom Vorarbeiter ersucht werde. Morgen rückt es nicht aus, ihr bleibt im Lager. Das war eine illegale Arbeit im Lager zum Nutze der Häftlinge. Und so haben sich Häftlinge untereinander geholfen. Und das war ein Vorarbeiter von uns, als ich Maurer war. Und wir sollten dort in einer Holzhütte, das einen losen Boden hatte, man nicht desinfizieren kann, sollten wir dort einen Zementboden machen, also einen Betonboden machen. Alles wird unten sein, ihr braucht es nur auch weggehen. Am nächsten Morgen gehen wir runter, es ist wirklich alles da, man macht die Mischung und man findet im Kreis und Wasser und alles und dann ist der Beton fertig. Wir machen die Tür von der Hütte auf und sind einen halben Meter hoch Leichen herumliegen. Im gleichen Moment kommt der Vorarbeiter, wo steht so Deppert da? Das ist doch kein Kunst, haut es die Leichen um, denen tut nichts mehr weh. Und am nächsten machst du eine Hälfte und am nächsten Tag machst du dasselbe umgekehrt und kannst die zweite Hälfte betonieren. Und diesen Satz habe ich einem Professor Lichtblau, der beim Buch auf Ton aufgenommen hat gesagt und er hat dann das zum Titel des Buches genommen. Am 11.04.45, der Tag der Befreiung aus diesem letzten, aus dieser letzten Station für Sie aus Buchenwald, wie haben Sie diesen Tag erlebt? Das ist jetzt, weil es eine sehr interessante Geschichte ist, muss ich sie wirklich erklären, wie sie war. schon Tage vorher haben wir nicht mehr außerhalb des Lagers gearbeitet, denn in Buchenwald, wenn man außerhalb des Lagers gearbeitet hat, hat die SS einen großen Ring gezogen mit SS-Leuten auf Sichtweite und dazu hat man immer ein paar Hundert gebraucht, denn sie mussten ja alle paar Stunden gewechselt werden. Hat man die abgezogen zur Frontverstärkung und man hat schon gehört den Kriegslärm, man hat alles gehört und am 11. spielte sich Folgendes ab, wir rücken nicht aus, wir bleiben im Lager, man sitzt herum, man geht herum und auf einmal um halb elf wird durchgegeben alle SS-Leute aus dem Lager, das heißt auf den Türmen waren noch je vier SS-Leute, im Lager hat es vielleicht 30 SS-Leute gegeben, die mit Gruppen von Häftlingen Küche, Revier, also Spital, Schreibstuben, Lagerräume und so weiter mit Häftlingen zusammengearbeitet haben, die wurden jetzt herausgerufen. Die SS-Leute von den Türmen haben den Ruf auch verstanden, haben natürlich geschaut was macht er jetzt, der Kommandant mit der E-30 und die marschieren aus und man sieht, sie steigen in Autos ein und verschwinden, sodass das Lager effektiv ohne SS-Leute geblieben ist. Nur auf den Türmen noch sind SS-Leute und das dauert nicht lang, die von den Türmen schleichen runter und verschwinden. Um halb zwölf her ich ein Flugzeug, Propellermaschine irgendwo in der Nähe daherkommt, fliegt über den Appellplatz, macht einen Kreis, mault, man sieht das amerikanische hohe Zeichen, habe ich gewusst, wir sind befreit. Um zwölf Uhr kommt ein amerikanischer Rabbiner von der Armee, er hat im Radio gehört, Buchenwald ist befreit und ist jetzt da. Das Tor war offen, er marschiert ein, fragt uns, wo es Juden gibt, man schickt ihm ins kleine Lager. Ruhe ist. Die, wie soll ich sagen, das Lager der Häftlinge hat ein eigenes Kommando gehabt, eine Kriegsvorbereitung, wie man sich eventuell wehren wird können. Man organisierte einige Gewehre, man hatte verschiedene Waffen, aber gegen ein Maschinengewehr wäre es eh nicht aufgekommen und auf den Türmen waren immer Maschinengewehre. Das habe ich jetzt erzählt. Der Rabbine um zwölf Uhr marschierte ein. Er ist jetzt erst vor einigen Monaten verstorben. Auch das kann ich belegen aus Zeitungsbericht aus Amerika. Der Rabbi von Buchenwald marschierte ein ins Lager und öffnete dort überall die Tore und sagte, ihr seid befreit, ihr seid befreit. Um 14 Uhr haben die Häftlinge von Buchenwald bewaffnet das Tor gestürmt und sind den Amerikanern entgegen gegangen. Es wurden dann... Haben Sie es verstanden? Das sind zwei Versionen. Für die eine bin ich vom deutschen Bundespräsidenten gedankt worden. Er hat mich voriges Jahr eingeladen, denn ich habe in Buchenwald zum 70. Jahr der Selbstbefreiung gesprochen und ich konnte vor 5000 Leuten am Appellplatz von Buchenwald laut sagen, Schluss mit der Lüge, Buchenwald hat sich selbst befreit. Nicht ein Wort, das war. Es ist interessant, was mir jetzt dieser Tage, solche Sachen kommen ja später drauf, dieser Tage habe ich verschiedene Bücher überprüft, in keinem Buch, das in Ostdeutschland gedruckt wurde, steht, wie die Selbstbefreiung stattgefunden hat. Steht nur die Selbstbefreiung, nichts davon. Jetzt muss ich noch etwas erklären. Die Amerikaner, als sie uns befreit haben, haben sie im Lager an deutschsprachenden Häftlinge eine Unmenge von Formulare verteilt, die man nur zwischendurch ausfüllen musste, wann sind sie verhaftet worden, warum sind sie verhaftet worden, wo waren sie überall und so weiter und so fort, bis zum Schluss. Ungefähr 170 haben sie mitgenommen, an dem Tag, wo ich dann vom Buchenwald weggekommen bin, lagen 30 noch so herum. Die habe ich heute noch im Besitz, sind nicht veröffentlicht worden, aber diese Tage fällt mir ein, da muss doch einmal schauen, da müssen ja die Häftlinge auch geschrieben haben, wie sie befreit wurden. Kein Wort von der Befreiung drin. Also es gibt keine Beschreibung, wie diese Selbstbefreiung stattgefunden hat. Aber sie wird immer erwähnt und in den Schulen in Ostdeutschland, denn das ist alles Ostdeutschland, ist das immer hervorgehoben worden und kein Mensch in Ostdeutschland will heute zur Kenntnis nehmen, dass es nicht stimmt. Und während ich die Rede gehalten habe, habe ich gleichzeitig Pfui rufe und weiterreden gehört. Ich habe beides getan, es hat mich nicht gestört, es gibt einen Filmer, der seit Jahren hinter mir herläuft und wo immer ich auftrete, hat er mich gefilmt und diesen Film habe ich auch von Buchenwald, wo er mich im Zentrum, also beim Pult, gefilmt hat, wie ich das erzähle. Und man sieht, dass das echt ist und nichts Gestelltes ist. Nur zur Orientierung. Das KZ Buchenwald gibt eine Zeitschrift heraus, die Glocke vom Ethersberg. Das ist der Ethersberg, wo das KZ war und die Glocke, man hat dann hinterher einen Glockenwurm turm dort hingebaut und irgendwann ein paar Jahre später hat man mit dieser Zeitschrift alles, als es Ostdeutschland war, hat man begonnen, diese Zeitschrift herauszugeben. Und alljährlich und bei jeder Ausgabe steht 50. Jahrestag der Selbstbefeierung, 60. Jahrestag, das ist immer wieder dasselbe. Aber nirgends steht, wie es wirklich stattgefunden hat. Es hat ja keine SS im Lager gegeben, die von den Türmen sind auch davongelaufen. War ja niemand mehr da. Im Gegenteil, ich habe dann um 12 Uhr mit den wichtigen Häftlingen gesprochen, die da hier mit die Gewehre umeinander geredet und gefragt, ob wem will ich denn schießen? Der KS ist mehr da. Nein, aber wir haben die Türme besetzt. Warum? Wie sie leer waren oder wie noch die SSO? Boah. Rückblickend schaut man drauf und sagt, Tag der Befreiung. Aber so frei war man danach auch nicht. Sie wollten zurück nach Wien, aber in Wien wollte man die jüdischen Gefangenen nicht zurücknehmen. Da war die Sorge groß, wie die Bürger in Wien reagieren und natürlich hatten die Bürger auch Angst, das zurückgeben zu müssen, was sie den Juden vorher genommen haben. Wir waren 28 Nationen in Buchenwald. 27 Nationen sind von ihren Heimatländern anschließend nach der Befreiung geholt worden. Nur die Österreicher sind übrig geblieben. Wir waren ungefähr 500 Österreicher, darunter 100 Juden aus verschiedenen Nationen und ich glaube 30, 40 aus Österreich. Nachdem alles weg war und das ist ungefähr Mitte Mai 1945 sind wir bei den Amerikanern vorgestellt geworden, wir wollen nach Haus. Ja, aber wir haben im Moment keine Transportmittel, aber mit Chips können wir euch begleiten. Und da hat man drei Busse der Verkehrsbetriebe von Weimar konfisziert. Mit den drei Busse sind 128 Häftlinge, darunter 30 Juden aus Österreich, das übrige Nichtjuden, sind wir mit diesen drei Busse losgefahren. Nürnberg, München, Salzburg, Linz, Zonengrenze an der Enz. An der Enz werden wir aufgehalten. Der österreichische Innenminister damals Helmer und Dr. Karl Renner wollen keine KZ-Häftlinge. Und keine Juden in Wien haben. Die Russen lassen uns nicht durch. Die Amerikaner erfahren am nächsten Tag, wenn du nicht durch gehst, dann bringst es zurück nach Buchenwald. Und wir sind auf der Fahrt zurück nach Buchenwald und in Salzburg macht man Station und da habe ich in meinem Bus gefragt, wer steigt mit mir aus. Noch fünf haben sich gemeldet, zu sechstem Haus gestiegen, die Busse sind weiter gefahren und ich wollte eigentlich nicht wieder zurück nach Deutschland. Es wird sich schon irgendetwas ergeben. Und wir bleiben gerade stehen an einer Stelle, wo eine Wachstube war, die Hilfspolizisten kommen raus, du kannst jetzt am anderen stehen. Jetzt ist Sperrstunde. Wir sind erst 14 Tage vorher befreit worden. Es darf niemand bei Nacht auf der Straße sein. Ungefähr 100 Meter von der Stelle, wo wir von denen angesprochen wurde, gibt es eine Schule, das ist die Nontaler Schule und wir wurden angewiesen dort hinzugehen, weil da ist im Turnsaal ein Lazarett hingerichtet. Wir gehen dorthin, haben die Nacht verbracht und am nächsten Morgen gehen wir zur Polizei. Ein netter Polizist fragt uns, ob du ein Quartier gibt uns eine Adresse, Heidenstraße Nummer 2, da ist am ersten Stock oben ein Büro der NS Frauenschaft. Das ist eine größere Wohnung, die können sie nehmen. Wir gehen dorthin, stellen wirklich fest, ein sehr großes Büro, sehr viele Schreibtische. Wie ist auch eine Schule, auch der Turnsaal und Lazarett umgebaut. Wir tragen die Schreibtische runter und holen uns die Betten zurück und so sind wir eingerichtet. Mehr haben wir nicht und das ist unser Schicksal. Und das ist die Geschichte, wieso ich in Salzburg gelandet bin. Im Parterre dieses Hauses gibt es ein Büro von der Stadt Gemeinde, das durchziehende politisch verfolgte mit Essensversorgung den Leuten hinweghilft in St. Peter, da wo die Kirche ist von den Franziskanern. Das war dann die Kirche des Stadthalters von Salzburg und das ist jetzt umgewandelt worden zu einer KZ-Küche und in der kriegen wir auch einen Zettel und wir sollen dort zum Essen gehen. Nach einigen Tagen gibt es einen Streit. Ich kann nicht sagen wegen was, wieso, wie, weiß ich nicht. Ich weiß nur eins, auf einmal hat man mich bestimmt, ich soll das führen. Natürlich allein war das nicht möglich. Mit zwei Kollegen, die mit mir zusammen auch gewohnt haben, haben wir das übernommen. Und so bin ich hineingeschlittert in ein Bekanntwerden bei den Amerikanern, denn die kamen ein paar Tage später zu mir. In Salzburg hat es damals zigtausend jüdische Flüchtlinge in den Kasernen gegeben. Die Ursache war, sie sind in ihren Heimatländern nicht willkommen gewesen und haben zum größten Teil Verwandte in Amerika oder sonst irgendwo oder sowohl nach Israel und so ist man südlich gezogen, man ist über Österreich auch über Salzburg her und die Lager stand überfüllt. Die Stadt hat Wohnungsmöglichkeiten geboten und die Amerikaner haben die Verpflegung übernommen. Natürlich hatten die Amerikaner nur Konserven kost und wenn man noch großen Hunger hat, nach drei Wochen hat man genug von den Konserven. Die Leute wollten Kartoffeln, wollten Gemüse und da ist man zum Feingold gekommen, der besorgt auch für seine Küche auch und so musste ich dann die Gärtnerei aufmerksam machen, die mich beliefert, auch einzeln die Lager zu beliefern. So entstand so entstand dann eine Situation, das wird keiner glauben, ich führ eine Küche, ich gebe für 500 Leuten Essen aus und ich gehe woanders hin zum Essen. Weil da ist für dieses Personal separat gekocht worden. Es hat zur damaligen Zeit keine Delikatesse gegeben, die gefehlt hätte. Das war meine KZ-Kurs natürlich unter dem Hund und so bin ich dorthin essen gegangen. Sie sind in Salzburg geblieben. Ich möchte nur jetzt vielleicht abschließend von Ihnen noch eine Sache wissen. Ich habe neulich in einer englischen Radiosendung hat ein Moderator Sätze aus Mein Kampf vorgelesen, ohne zu sagen, aus welchem Buch das stand. Und es gab Anrufer, die zugestimmt haben und sagen, genau so ist es, genau so muss es gemacht werden. Also Antisemitismus nicht im neuen Gesicht, sondern genau im selben wie damals. Wir erkennen es vielleicht noch manchmal nicht, weil der Generation wie mir zu gut gegangen ist. Wir haben nie einen Krieg miterlebt. Wir sind verwöhnt. Antisemitismus ist nicht verschwunden. Im Gegenteil, schauen wir uns um in der Welt, was mit Wahlen passiert. Amerika Die Aussicht sind nicht gut. Wie schaut es aus in der Welt? Als ich die Sachen zusammengestellt habe, denn alles, was ich habe an Material, das ist ein Koffer, den kann ich nicht überall mitschleppen. Und wohin ich gehe, so wie hier, habe ich nur Buchenwald mitgenommen, Neungammer habe ich da dabei und Dachau. Also nur das, was ich zu erzählen hatte. Das sind die Dokumente, die ich habe. Zur gleichen Zeit aber habe ich ein paar Briefe zusammen bekommen, die jetzt in diesen Tagen erschienen ist, wo der Nationalsozialismus so verherrlicht wird in der Bevölkerung, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Ich muss euch natürlich sagen, ihr seid Berliner und ich bin Österreicher. das traut man sich bei uns nicht zu machen. Ihr habt den bayerischen Platz. Wer ist dort schon gewesen von euch? Aha, ist ein bisschen wenig, ein bisschen wenig. Wisst ihr, was dort ist? Dort hat man mich hingeschickt, wie ich vor zwei Jahren mit dem Burgtheater da war. Geh hin, du wirst schon sehen, was es da gibt. Ich gehe hin, ich sehe nichts, bis ich so ein bisschen weiter weg schaue und in einer Höhe, da sehe ich auf jedem Lichtmast eine Tafel mit den Verordnungen von Hitler vom Jahre 1933 angefangen. Herrschaften, das müsst ihr euch ja selber anschauen. Sag ich das unserem Bürgermeister in Salzburg, so dass so eine Tafel steht, keine sechs Stunden bei uns. Nur damit sie den Unterschied sehen. Ihr habt viel mehr aufgearbeitet wie wir. Auch nicht genug, aber viel mehr. Bei uns ist viel weniger aufgearbeitet worden. Bei uns hat man alles belassen, denn wir sind, wie soll ich sagen, verschwägert, verbrüdert mit den kriminellen Attentätern, mit den Verbrechern und da hat einer den anderen geschützt. Ich habe eine dreijährige Tochter und ich frage mich manchmal, wie werde ich ihr irgendwann beibringen können, was der Holocaust war, ohne dass es ein Kapitel in einem Geschichtsbuch wird. Wie kann man das abschließend erklären? Ich muss Ihnen sagen, manches Mal habe ich das Gefühl, meine 71-jährige Tätigkeit Zeit war verspendete Zeit. Nur ich kann es nicht aufgeben. Ich werde so gebeten und gebettelt da und dort hinzugehen, um einen Vortrag zu halten, dass es gegen meine Vernunft wäre, nicht hinzugehen oder mich zu verstellen. Ich bin ja so ruhig, ich kann ja nicht mehr mehr. Also wenn ich mir anschaue, wie Sie sehe ich mit 103 Jahren an alles erinnern, dann, also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber so klar sind meine Erinnerungen an gestern nicht mehr. Meine Damen und Herren, ich würde mich an der Stelle gern bedanken für die Zeit und eine abschließende Frage stellen an Marco Feingold, der viele, viele Male überlebt hat und dem Tod so nahe war. Herr Feingold, nehmen Sie den Tod noch ernst? In einem Alter von 103 Jahren, muss ich ganz wenig gestehen, hat man das ständig vor sich, denn es kann in jeder Stunde das Ende sein. Es ist zu erwarten. Wenn ich Glück habe, dauert es ein bisschen länger, bis diese Stunde kommt, aber fürchten tue ich mich nicht. Vielen herzlichen Dank, Marco Feingold. Ich kann Ihnen dieses Buch sehr ans Herz legen. Wir haben leider nicht die Zeit, um alle Fragen zu beantworten, die uns bestimmt allen noch auf der Seele brennen. Das Buch beantwortet viele davon. Vielen Dank für Ihre Zeit und vielen herzlichen Dank an Marco Feingold und seine Frau, die mir im Vorfeld zur Verfügung stand für sämtliche Fragen. Vielen, Applaus Vielen Dank.